Ja, sehr verehrte Damen und Herren, Fragen und Antworten. Heute geht es um die Digitalisierung. Das war ein großer Bereich oder wir haben einige Eltern gefragt, wie sieht es bei uns in der Schule mit der Digitalisierung aus? Unsere Grundprinzipien. Digitalisierung ist natürlich nicht erst seit Corona ein Schwerpunkt und ist auch in diesem Schuljahr ein Schwerpunkt bei uns im Schulprogramm. Bereits im Jahr 2017 haben wir uns in der Schule ganz konsequent auf den Weg gemacht und ein Medienbildungskonzept entwickelt. Im Medienbildungskonzept stehen alle Anforderungen, die wir sozusagen in der Schule erfüllen wollen. Wie wollen wir unterrichten? Welche Kompetenzen wollen wir vermitteln? Was brauchen wir dafür? Das Medienbildungskonzept aus dem Jahr 2017 entspricht schon den Anforderungen aus dem Digitalpakt? Das Konzept haben wir natürlich aktuell erweitert, auch mit unseren Erfahrungen jetzt aus Corona, um dann Anschaffungen aus dem Digitalpakt erhalten zu können. Wir wollen allerdings nicht auf die Möglichkeiten der grünen Tafel, der klassischen Tafel verzichten. Das heißt, wir nutzen natürlich auch im Unterricht dann Papier, wir nutzen Bücher und verzichten nicht auf die Arbeit mit Papier. Unsere Grundausstattung. Wir haben schon in jedem Klassen- und Fachraum einen Beamer, haben eine Möglichkeit, das Beamer-Bild kabellos per Cast zu übertragen auf eine große Präsentationsleinwand. Wir sind flächendeckend in der Schule mit WLAN ausgestattet. Das heißt, in jedem Bereich der Schule kann man mit einem Computer sofort ins WLAN ohne große Dose zu suchen. Wo habe ich jetzt ein Netzwerk? Wir haben in jedem Klassenraum leistungsfähige Lautsprecher. Das ist auch sehr wichtig, da gerade die Schülerinnen und Schüler, die leichte Hörbeeinträchtigungen haben mit so kleinen Lautsprechern, gerade im Sprachunterricht, einfach das nicht verstehen, was da gesprochen wird. Wir sind ausgestattet mit Lehrer-Notebooks. Die haben ein Touch-Display, die haben eine Stiftfunktion. Wir nutzen das Notebook zum Beispiel als Whiteboard-Ersatz. Wir haben uns ganz bewusst gegen digitale Whiteboards entschieden, weil wir die Möglichkeiten, die ein Notebook mit Touchscreen bietet, viel mehr schätzen und viel mehr ausnutzen können. Außerdem ist das Notebook natürlich auch eine Multimedia-Zentrale. Durch die Möglichkeit der drahtlosen Übertragung haben auch die Schüler, wenn sie mit Geräten auf ihrem Platz arbeiten, schnell die Möglichkeit, über den Cast, über den Beamer auf die Präsentationsleinwand ihre Ergebnisse zu übertragen. Wir haben schon seit Langem den Schul-Server iServe, den werden viele von Ihnen aus anderen Schulen auch kennen. Der bietet zum Beispiel eine schulische E-Mail-Adresse für alle in der Schule Beschäftigten und auch für alle Schülerinnen und Schüler. Wir haben da auch eine organisierte Dateiablage. Wir können mit einem Office-Paket abseits von Office 365, was wir auch in der Schule anbieten, haben wir ein freies Office in iServe integriert, mit dem man auch zusammenarbeiten kann. Das heißt, dieses kollaborative Arbeiten. Wir haben ein Videokonferenzsystem. Der Vertretungsplan wird digital angezeigt, sodass Sie zu Hause auch mal gucken können, welcher Unterricht fällt aus, wer wird vertreten, wer ist da, was hat mein Kind eigentlich am nächsten Tag oder in den nächsten zwei Tagen. Der iServe bietet natürlich noch viel, viel mehr. Das muss ich jetzt hier glaube ich nicht alles erläutern. Wir haben in der Schule seit einigen Jahren eine digitale Plattform zur Schülerbewertung und Dokumentation. Das heißt, alles, was zu dem Schüler in der Schule auffällt, anfällt, alle Noten, die wir ermitteln, mündliche, schriftliche, fachbezogene Noten werden da eingetragen. Das hat für die Klassenlehrkraft einen riesen Vorteil. Wenn Sie zum Beispiel bei der Klassenlehrkraft anrufen und fragen, wie steht es gerade bei meinem Kind, dann guckt die Klassenlehrkraft einmal rein in die digitale Plattform und hat sofort einen schnellen und umfassenden Überblick über Ihr Kind. Geplant ist zum nächsten Schuljahr ein digitales Eltern-Informationssystem. Bisher machen wir es so, dass wir gerade jetzt in Corona-Zeiten die Elternbriefe über die Schülerzugänge von iServe an Sie schicken. Es gibt einige Grundschulen hier in Wallenhorst, die haben schon dieses digitale Informationssystem ohne iServe. Das heißt, Sie bekommen direkt ohne den Umweg über die Schüleradressen die Elternbriefe und die Informationen zugestellt. Das ist bei uns zum nächsten Schuljahr auch geplant. Wir haben in der Schule über 50 Notebooks. Wir haben 30 feste PC-Arbeitsplätze. Das heißt, wir haben zwei Computerräume. Ein Computerraum ist mit festen PC-Arbeitsplätzen ausgestattet. Ein weiterer ist mit 30 Notebooks ausgestattet, von denen 15 für den Klassenraum entliegen werden können und die anderen Notebooks stehen so oder so zur Verfügung, um im Unterricht genutzt zu werden. Ab dem kommenden Schuljahr möchten wir gern möglichst mit einer 1 zu 1 Ausstattung arbeiten. Das heißt, jeder Schüler hat ein eigenes Notebook und zwar ein Chromebook. Dieses Chromebook hat für uns einen riesen Vorteil im Vergleich zum Tablet. Das heißt, ich habe eine Bildschirm mit Touchfunktion. Ich habe einen integrierten Stift und ich kann den Bildschirm um 180 Grad umdrehen, dass ich das auch als Tablet benutzen kann. Das heißt, die Möglichkeiten sind viel, viel größer als beim klassischen Tablet. Dazu kommt natürlich eine weitere Einrichtung in den Klassen und in den Fachräumen. Wenn jeder Schüler ein eigenes Notebook hat, brauchen wir Ladestationen. Wir brauchen Aufbewahrungsbehältnisse für die Chromebooks und so weiter. Das ist in Planung. Das möchten wir aus dem Digitalpakt finanzieren. Das war in Kürze die Information zur Digitalisierung. Vielen Dank.